Was sind die wichtigsten Codes und Symbole der extremen Rechten? Welche Symbole und Codes werden auf den Corona-Aufmärschen verwendet? Das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. QAnon, eine antisemitische Verschwörungsideologie aus den USA. Meistens sieht man das auf den Aufmärschen auf einer Fahne mit einem QW, oft in irgendeiner Kombination mit US-amerikanischen Fahnen und oft mit der Zahlen-Buchstaben-Kombination, WWG1, WGA, Where we go one, we go all. Das ist der Slogan der QAnon-Bewegung. Die Geizenflag. Die Geizenflag ist eine Fahne aus dem US-amerikanischen Raum. Oft ist das eine gelbe oder eine schwarze Fahne mit einer Schlange oben und dem Slogan Don't treat on me. Das ist ein Symbol der US-amerikanischen extremen Rechten, das heute zunehmend auch in Österreich und Deutschland auf Aufmärschen verwendet wird. Die Fahne der Urburschenschaft zur Jena. Eine Fahne in der Mitte mit einem schwarzen Streifen, oben drüber rot und dazu einem goldenen Symbol Eichenlaub, schwarz-rot-gold, also gehalten eine Fahne der Burschenschafterszene. Die sogenannte Wirmerfahne. Eine Fahne, die 1944 entstanden ist, ein konservativer Widerstandskämpfer, die aber seit den 2000 vor allem von der rechtsextremen und faschistischen Szene verwendet wird und die als die Fahne von Pegida gilt. Pepe der Frosch. Eigentlich war das ein ganz normales Comic-Meme, aber dieses Meme wird heute ganz, ganz zentral in der extrem rechten Szene verwendet. Das White Power Symbol. Eigentlich war das früher ganz normal das Symbol okay von Tauchern und Taucherinnen, aber heute glauben die, dass sie mit ihren Fingern da ein W und ein P darstellen. Das ist ein Zeichen, dass vor allem gerne von den neofaschistischen Identitären, aber auch von anderen extrem rechten, neofaschistischen und neonazistischen Strukturen verwendet wird. Die Reichsfahne, schwarz-weiß-rote Fahne des Deutschen Reiches, oft auch die Reichskriegsfahne, die ist noch einmal anders mit einem Extrasymbol, einschlägige Symbole der extremen Rechten, der neonazistischen Rechten, vor allem in Deutschland und in Österreich. Keckistan. Das ist eigentlich eine Geschichte aus dem Netz, vor allem aus bestimmten Internetkanälen. Eine Fahne eines fiktiven Landes, die aber sehr gerne in der extrem rechten Szene verwendet wird, weil die Fahne sehr, sehr ähnlich ist und offensichtlich nachempfunden ist verschiedenen Ness-Symbolen. Das Eiserne Kreuz. Eigentlich ein Orden aus dem deutschen Militär, der aber sehr gerne in der neonazistischen Szene und in der rechtsextremen Szene verwendet wird. Muss nicht so sein, das verwenden oft auch beispielsweise Motorradclubs, aber es kann ein Hinweis auf eine einschlägige Gesinnung sein. Helm ab bei der Polizei. Oft wird in extrem rechten, einschlägigen Szenen behauptet, dass wenn die Polizisten und Polizistinnen ihre Helme abnehmen, dann wäre das ein Symbol dafür, dass sie sich mit den Protestierenden solidarisieren würden. Und da werden dann einfach Videos geteilt, wo man einfach Polizisten und Polizistinnen ohne Helm sieht und das wird dann verschwörungsideologisch verkauft. NWO. Ein Code. Neue Weltordnung. New World Order. Da gibt es auch Fahnen dazu. Das ist eine ganz klar antisemitische Verschwörungsideologie, wo behauptet wird, dass es im Hintergrund geheime Mächte gäbe, die alles kontrollieren würden. Deus Vult. Gott will es. Das ist der Slogan der Reconquister, der Kreuzfahrer, der heute auch auf den Corona-Aufmärschen immer wieder zu sehen ist und den auch gerne die neofaschistische Gruppe Identitäre verwendet. Der Davidstern mit dem Code Ungeimpft. Es werden Symbole des Judentums verwendet und es wird dabei gleichzeitig imaginiert, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen würden, in irgendeiner Form gleichzusetzen werden wie Menschen, die unter der Shoah, unter dem Holocaust gelitten haben. Eine ganz klare und eindeutige Verharmlosung des Holocaust. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020